Obwohl der Prinz und die Prinzessin von Wales mittlerweile seit über zwölf Jahren verheiratet sind, verlief ihre Beziehung nicht ohne einige Hürden. Kate, die Prinzessin von Wales, erhielt einmal eine bombastische Nachricht von ihrem damaligen Freund Prinz William, etwas, das ihre königliche Zukunft hätte zerstören können. Damals, im Jahr 2007, war Catherine Middleton 25 Jahre alt und arbeitete als Modeeinkäuferin für Jigsaw. Da der ebenfalls 25-jährige Prinz William nach seiner Karriere beim Militär viel unterwegs war, verbrachte das Paar offenbar immer weniger Zeit miteinander. Während ihres Bürojobs rief William seine Freundin eines Tages an und überbrachte ihr die niederschmetternde Nachricht, dass sich das Paar trennen sollte. Laut der Autorin Tina Braun, die zu ihrem Bestseller, Palace Papers, schrieb, in einem schrecklichen, Lass es uns hinter uns bringen, Anruf im April, 2007, bei Kate, während sie im Jigsaw-Büro war, ließ, William, die Nachricht fallen. Trennungsbombe Frau Braun fügte hinzu, sie musste sich von einer Besprechung entschuldigen und eine Stunde lang auf dem Parkplatz herumlaufen, was sie in Stücke gerissen hat. Ihr Bürojob gewährte ihr einen liebevollen Urlaub und Kate reiste anschließend nach Hause zu ihrer Familie in Buckelbury. Glücklicherweise waren sowohl ihre Mutter Carol als auch ihre Schwester Pippa zur Stelle, um für Kate da zu sein. Carol nahm ihre Tochter mit zu einer Kunstausstellung in Dublin und Pippa übernahm später die Kontrolle und schlug ihrer Schwester vor, ihr Haar locker zu lassen. Körnungsbombe 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 Körnungsbombe